Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin jetzt gleich mit dem Benni im Interview. Der ist unser Forex Educator bei der Universe Academy und wir werden gemeinsam einiges an Fragen durchgehen, dass ihr einfach noch deutlich mehr Details dazu habt, was euch letztendlich in der Forex Academy sowohl Basic als auch Advanced erwarten kann. Zusätzlich verlose ich ein Forex Basic Paket, beziehungsweise besser gesagt, ich erstatte euch eins. Das heißt, für all diejenigen, die sich von heute bis einschließlich Sonntag ein Paket buchen bei der Universe Academy, die gelangen automatisch in den Lostopf und ein glücklicher Gewinner wird in dem Fall das Forex Basic Paket im Wert von 300 Dollar erstattet von mir. Das ist keine gesponserte Aktion von der Universe Academy, ich zahle es aus eigener Tasche, um euch in dem Fall einfach was zurückzugeben. Will heißen, wenn ihr euch für das Forex Basic Paket entscheidet, gelangt ihr automatisch mit in den Lostopf oder generell, wenn ihr euch für irgendein Paket entscheidet, gelangt ihr automatisch in den Lostopf und ich werde euch gegebenenfalls entweder das Forex Basic Paket erstatten oder in dem Fall dazu buchen, falls ihr beispielsweise eher die Crypto Academy gebucht habt oder die Real Estate Academy ein Paket gebucht habt, seid ihr trotzdem in dem Lostopf und habt eventuell Glück, dass ihr ausgewählt werdet und dann buche ich euch ein 300 Dollar Forex Basic Paket dazu. Ich wünsche allen Teilnehmern auf jeden Fall viel Glück und nun viel Spaß mit dem Interview. So Leute, ich habe jetzt hier den Benni am Start, hauptberuflich Forex Trader und auch unser Educator bei der Universe Academy für den Bereich Forex und dementsprechend werde ich heute einige interessante Fragen stellen, dass wir einfach nochmal einen genaueren Einblick in dem Fall in die Academy bekommen. Ich würde sagen, ich übergebe einmal das Wort an dich, Benni, du stellst dir vielleicht einfach einmal kurz vor, für diejenigen, die dich nicht kennen, einige haben dich natürlich auf dem Event schon kennenlernen dürfen, aber einfach nochmal, dass du kurz sagst, wer du bist und dann legen wir auch direkt mit den Fragen los. Jawohl, jawohl. Erstmal Servus an alle und ich danke dir erstmal, Jay, für die Einladung natürlich und auch für deine Zeit. Oh Gott, sorry. Das geht gut los. Ja, ich bin Benni, bin mittlerweile gestern 30 geworden, ganz zufällig. Ich komme aus dem ganz tiefen Osten, ich denke, das hört man ruckzuck, wenn man mir zuhört und ich persönlich kann auch immer wieder sagen, ich bemühe mich dann doch öfters mal Hochdeutsch zu sprechen, versinke dann doch wieder in meinem Dialekt, aber ich persönlich habe immer gesagt, hey, wenn ich etwas mache, dann bleibe ich trotzdem authentisch und bleibe wirklich so, wie ich bin und ja, demzufolge ist es bei mir auch so, dass ich persönlich vor gut drei Jahren begonnen habe, mich für das Trading, beziehungsweise habe ich vor drei Jahren die Entscheidung getroffen, mit dem Trading wirklich aktiv zu werden und habe dann über längere Zeit wirklich auf brutale Art und Weise das Trading wirklich studiert, intensiv gelernt, das waren zeitweise zu anfängen, das waren am Tag 10, 12 Stunden. Da hat man mich kaum aus der Wohnung bekommen, da hat man mich kaum dazu bekommen, in der Küche was zu essen, weil einfach so dieser Staubsaugermodus einfach drin war, man wollte das, man wollte das, man wollte das, man wollte das und ja, was bei mir natürlich das Problem war, ich persönlich wusste nie, wo ich anfangen sollte und dadurch, dass ich aus universitären Kreisen komme, bin ich natürlich erst über die markante Methode Bücher gegangen, dann habe ich, keine Ahnung, in zwei, drei Monaten, habe ich 5.000, 6.000 Seiten in Büchern komplett durchgearbeitet, also nicht gelesen, wirklich runtergeschrieben, gearbeitet und ja, dann habe ich gesagt, gut, ich brauche selber irgendwie Mentoren, um weiterzukommen und musste natürlich erst mal die richtigen suchen und habe dann ganz bewusst dafür gesorgt, beziehungsweise ganz bewusst tief gebohrt, um diese zu finden, die keine Werbung machen, weil die Menschen, die keine Werbung machen, die verdienen wirklich das Geld, ist einfach so und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr langer, steiniger Weg gewesen, überhaupt diese Mentoren erst mal zu finden und dann diese Dinge oder dieses Wissen, was dort vermittelt wird, auch für mich langfristig gesehen umzusetzen beziehungsweise auch emotional damit klar zu kommen, was natürlich ein sehr, sehr großer Punkt im Thema Trading ist und ja, demnach habe ich dann nach geraumer Zeit einfach festgestellt, dass ich sage, hey, ich habe jetzt das Wissen meiner Mentoren aufgesaugt, aber ich baue instinktiv mein System darauf auf, weil es mir einfach langfristig gesehen am meisten bringt und ich wirklich sagen kann, das, was, kann ich da jetzt gerade schon mal ein bisschen spotten, das, was hier in dieser Academy drin ist, das ist wirklich letztendlich alles, was ich habe, das ist wirklich mein voller Kanister an Wissen, den ich hier förmlich ausschütte und da habe ich wirklich nichts ausgelassen, da bin ich mit voller Leidenschaft immer wieder mit dabei und ja, demnach freue ich mich letztendlich auch darüber, also mit dir, Jay, jetzt auch mal ausführlich über das Thema zu sprechen, weil manchmal liest man ja dann doch online, was auch immer, so zwei, drei Sätze, so das kommt da dran, das kommt da dran, das ist ja letztendlich wie überall und das ist genau das, was ich sage, wie sieht das aus mit den richtigen Mentoren beziehungsweise wie findet man die richtigen Leute beziehungsweise wie erlangt man das richtige Wissen und wenn man dann nur drei oder vier Zeilen liest, ist es natürlich ein bisschen schwierig, die Entscheidung zu treffen, dann wirklich zu sagen, ja, ich gehe das jetzt ein, weil es ist ja dann doch immer wieder ein größeres Investment, was man für sich selbst nimmt und wenn man natürlich bei dem Investment eher eine Fehlentscheidung trifft, dann ist das langfristig gesehen natürlich wieder ein bisschen, ja, schlecht für den Kopf, sag ich mal so, oder beziehungsweise, ja, wie soll ich es anders beschreiben. Ja, absolut, damit hast du auch eigentlich schon meine Frage so ein bisschen passbar weggenommen, das wäre jetzt natürlich das Nächste, was uns eigentlich jetzt in der Forex-Session genau erwarten kann, weil das hast du natürlich jetzt auch schon gesagt, wir haben da jetzt eine PDF-Datei, ein Dreizeiler bekommen, das und das ist drin, aber mehr Infos gibt es so gesehen einfach noch nicht, weil es natürlich auch noch neu gelauncht ist logischerweise, aber, ja, man nimmt natürlich schon ein bisschen Geld in die Hand, 300 Dollar für die Basic Academy, 1800 für das Advanced-Paket, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe von 2019 bis Ende 2021, also über drei Jahre, ich glaube über 6000 Dollar für meine Trading-Ausbildung bezahlt, dementsprechend, was den Preis angeht, wäre ich in die Lüfte gesprungen, wenn man mir damals gesagt hätte, für insgesamt 2100 Dollar kriegst du einen Lifetime-Access, darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern dass du uns vielleicht wirklich mal einen etwas genaueren Einblick wirklich, ja, bietest, was uns da alles in den Sessions erwarten kann, dass wir ein bisschen mehr haben als einen Dreizeiler in einer PDF-Datei. Ja, ja, ich glaube, ich habe jetzt den Dreizeiler auch gar nicht vorliegen, habe das jetzt auch gerade gar nicht auf dem Schirm, was wir da insgesamt geschrieben haben, was die Academy beziehungsweise die Basic zum Beispiel betraf. Also im Kopf habe ich es auch nicht, ich blende es hier einfach mal ein. Hm, hm, ja. Ja, wie soll ich instinktiv sagen? Also mir persönlich war es ganz, ganz wichtig, bei der Konzeption dieser Academy überhaupt erstmal zu sagen, jeder wird instinktiv abgeholt. Also wirklich Menschen, die sagen, ja, es klingt interessant, würde mich definitiv interessieren, aber wo fange ich an? Und ich persönlich habe versucht zu sagen, gut, ich starte bei Punkt 1, wie soll man sagen, also überhaupt erstmal organisatorisch ranzugehen, dass man sagt, wie funktioniert Trading überhaupt, beziehungsweise wie sieht ein Weg zum professionellen Trader zum Beispiel überhaupt aus, dass man sich überhaupt die Gedankenvorstellung dazu zieht, wie man langfristig da durchgeht, weil ich kann aus Erfahrung, wirklich aus eigener Erfahrung sagen, der Weg bis dorthin, der ist unfassbar hart, der ist unfassbar steinig. Also da muss man wirklich auf sehr, 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 sehr viele Dinge verzichten. Zum Beispiel, wenn man Freunde hat, die sich jetzt nicht fürs Trading entscheiden beziehungsweise damit gar nicht am Hut haben und zum Wochenende sagen, gut, wir gehen jetzt raus, machen Party oder gehen auf irgendwelche Stadtfeste, was auch immer und du selbst bist dann manchmal der, der sagt, gut, ich komme zwei, drei Stunden später oder komme gar nicht, weil ich dann weiter vom PC sitze und weiter mein Zeug lerne, um dort den Durchbruch langfristig zu schaffen beziehungsweise ist dann, wie soll ich sagen, aus meiner Erfahrung auch der Punkt, ich habe auch auf so viele Dinge verzichtet und habe wirklich mir das alles reingeholt und das versucht, wieder zu lernen und wieder zu reflektieren und dann versucht den Markt so einzusetzen oder einzubauen, habe dann mal unfassbar oft einfach das Gefühl gehabt, ich komme gar nicht voran und habe trotzdem weitergemacht und das ist einfach immer wieder so ein ganz, ganz harter Punkt, auch wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht voran, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, den Weg als Trader da zu verstehen, deswegen habe ich das auch ganz am Anfang mit reingesetzt, damit es auch wirklich jeder für sich unterbewusst auch mit aufnimmt, und ja, was das Basic-Paket dann mal betrifft, dann logischerweise, was ist ein Broker, also wenn wir dann sagen, Broker A-Book oder B-Book-Broker, habe ich auch mit auseinandergenommen, das Thema Metatrader, wie ist da Metatrader aufgebaut, wie handelt man damit, also Metatrader in diesem Sinne, als Handelsplattform, wo man förmlich seine Handelsaktivitäten ausführen kann, dann gewissermaßen TradingView, TradingView ist ja für mich das Facebook für Trader, kann man fast sagen, hat mit die beste Analyseplattform überhaupt, finde ich persönlich sehr, sehr cool, dazu nochmal gesagt, natürlich hat jedes Programm an sich auch ein paar kleine Macken, deswegen bin ich froh darüber, dass man sagen kann, man kann den Metatrader nutzen und TradingView zusammen, kann das für mich so ein bisschen cross verwenden, und ja, dann an sich sowieso überhaupt eine Einführung, wie soll man sagen, also was ist dein Pip, was ist dein Lot, das sind so die ganzen Grundschu, ich würde mal sagen, die Trading-Grundschule, so würde ich es einfach instinktiv aussagen, dass man sagt, hey, man geht auch überhaupt so weit, wie läuft ein Forex-Geschäft überhaupt in der Tiefe ab, wie verdient man überhaupt damit Geld, wenn man sagt, gut, jetzt zum Beispiel der Euro, S-Dollar steigt nach oben, man geht jetzt in die steigende Richtung mit, wie verdient man da überhaupt Geld, solche Dinge habe ich ganz bewusst mit reingenommen, dass man sagt, man versteht das überhaupt erstmal auch ökonomisch, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ich sage, in meinen Augen dann dahinter geschult werden und ja, dann natürlich auch, wenn ich jetzt selber nochmal mit durchgehe, solche grundlegende Dinge, also wirklich die technische Analyse in den Märkten, was ist überhaupt, was steht überhaupt dahinter, viele sagen, technische Analyse, ich zeichne zwei, drei Linien und das war's, so, so wird es meistens offiziell über Bücher oder nenne ich es mal über, ich persönlich, das ist auch auf jeden Fall den Ausdruck, aber ich bin dann immer so so ein Mensch, da so ein bisschen gegen YouTube, so ein bisschen stachelt, so stichelt und irgendwelche Leute oder mescheln gerne Leute, die dann sagen, ja, ich habe jetzt die beste Analyse gefunden, hier so und so, dass man sagt, in der technischen Analyse steckt viel, viel mehr drin, als man vorrangig denkt und dann auch dieses Grundverständnis eines Trends, warum ist ein Trend so aufgebaut, wie entsteht der Trend, wie kann man letztendlich mathematische Zusammenhänge dann nochmal benutzen, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht jetzt auf den goldenen Schnitt ein, also das Thema Fibonacci-Muster zum Beispiel, das ist noch mit dabei, also für diejenigen, die mit jetzt Fibonacci, mit dem Fibonacci-Muster nichts anfangen können, ist natürlich ein bekannter Mathematiker, das kann jeder auf, ja, selbst bei Google auch mal suchen und das kommt unfassbar oft in der Natur vor und dazu auch nochmal begründet, dadurch, dass es oft in der Natur vorkommt, kann man sagen, oder kann man sich selbst die Frage stellen, kommt das bei uns als Mensch auch vor in unseren Handelsaktivitäten beziehungsweise in unserem alltäglichen Sein und von daraus kann man das implizit einfach auf dem Markt wieder spiegeln, dass man das definitiv mit nutzen kann, weil der Markt ist ein Spiegel, unser großer oder unser selbst und das bildet er insgesamt in unserem Kollektiv einfach ab. Das fand ich bei dir zum Beispiel auch sehr, sehr cool in der Session, also ich habe mir die Pakete ja auch selber gekauft, obwohl ich lange Zeit ja auch schon ein Trader bin, fand ich das sehr spannend, weil ich tatsächlich auch am Event gemerkt habe, dass ich trotzdem von dir auf jeden Fall noch eine Menge lernen kann und jetzt bin ich ja gerade selber dabei, die Sessions durchzuarbeiten, bin jetzt glaube ich bei Punkt 30, da irgendwo in einer Basic Session jetzt gerade noch. Genau was du gesagt hast, dass da nicht einfach nur die Begriffserklärungen sind, was ist Pip, was ist Margin, was ist Lot und so weiter, sondern dass du auch an das grundlegende Verständnis da tatsächlich rangehst und das hat selbst bei mir auch nochmal eine Basislücke tatsächlich gefüllt, was ich schon sehr, sehr geil fand, obwohl ich eigentlich gedacht habe, was soll ich jetzt noch mit Forex Basics, so ungefähr, aber fand ich wirklich sehr, sehr cool. Also, ja. Ja, und dann geht es natürlich trotzdem weiter, also ich mache für mich trotzdem diese Grundschule, diese Trading Grundschule betreibe ich ja auch weiter in Bezug der technischen Analyse, also wie ich es gerade gesagt habe, die Trendlinien und Trendkanäle, alles drum und dran, da gehe ich auch drauf ein, ganz bewusst, man muss das definitiv auch verstehen, damit man das kollektiv versteht. Dazu aber später definitiv noch mehr, da darf ich jetzt nicht zu viel erwähnen, nenne ich es mal. Ja, und dann geht es einfach weiter um die typischen Chartformationen, also einfach Formationen, die man jetzt letztendlich im Chart einfach mal erkennen sollte, beziehungsweise wie man aus diesen Formationen heraus simple Trades machen kann oder auch sollte oder auch lassen sollte oder wie oft sie gewissermaßen auftreten, in welcher Größe, in welcher Dimension, habe ich ganz bewusst immer mitgenommen. Mir persönlich war das ganz, ganz wichtig, diesen kompletten Rahmen zu schaffen und dann wirklich nichts auszulassen, weil, ja, manchmal kommt in einer Session, in einem Video einfach nur ein oder zwei Sätze vor, die dann im Kopf eines Menschen sehr, sehr viel verändern können im Trading und deswegen war das mir so unfassbar wichtig, diese Academy so riesig groß auszubauen und, ja, einfach, wo man sagt, man muss wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren, um sehr, sehr viel und tiefgründiges Wissen zu bekommen, um dann besser aufgestellt zu sein, seinen eigenen Tradingverstand aufzubauen und seine eigene Performance beziehungsweise seinen eigenen Handelsstil dann wirklich zu subsumieren. Kannst du eine ungefähre Zeit nennen, also an Stundenmaterial hast du das im Kopf, wie viele Stunden tatsächlich jetzt die Basic Session, das Basic Paket beinhaltet, wie lange ich da reingehen muss? Kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Weil, ja, also insgesamt sind es ja, also jetzt, wenn man das Advanced Paket durchgeht, sind es momentan rund um die 250 Videos und teilweise geht dann wieder sogar eine Dreiviertelstunde und, ja, von da aus in der Basic Session würde ich vielleicht schon mal sagen, so 20 bis 30 Stunden, wenn man es auch wiederholt anguckt, ganz bewusst, wiederholt und verstanden hat, dann muss man definitiv 20 bis 30 Stunden für sich selbst investieren, weil ich persönlich bin nie ein Freund gewesen, mir irgendwas Neues anzugucken, also ich habe letztendlich auch viele, viele Mentoring-Programme mitgenommen, also jetzt nicht in Bezug zum Trading, sondern auch im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, um mich da wirklich selber voranzubringen, da habe ich auch festgestellt, dieser einfache Konsum dieser Videos, da bringt einem gar nichts, da würde ich hier, selbst hier und selbst jetzt auch einfach nochmal sagen, wenn diese Videos angesehen werden, unbedingt alles mitschreiben, am besten in eigenen Ordnern, eigenen Hefter dazu machen, alles markieren, wenn irgendwelche Fragen dort bestehen, dort anmarkern, würde ich jetzt mal fast sagen, und das immer wieder dann nochmal durchgehen, dann zu sagen, gut, jetzt habe ich das noch nicht verstanden, dann gehe ich zum Video nochmal zurück, oder drehe eben eine komplette Runde, um das nochmal durchzugehen, weil ich persönlich habe es eben aus Erfahrung auch sagen können, ich musste mir manche Themengebiete vier, fünf, sechsmal ansehen, bis ich die wirklich in der Tiefe verstanden habe, damit ich sie wirklich im Markt sehe, sehr vor allem, das ist eben sehr, sehr wichtig, und dann auch ja, umsetze. Wir sprechen ja jetzt gerade noch hauptsächlich über das Basic-Paket, ist es so, reicht das Basic-Paket aus, dass ich auch traden kann, also mit Sicherheit jetzt nicht Profitrader werden und davon leben zu können, aber reicht das, dass ich damit die ersten Bezüge bekomme, auch selber meine Trades eröffnen zu können? Ich würde sagen, ja, aber, wohl bemerkt, aber, ähm, ich würde jetzt einfach mal das Sprichwort einfach rausnehmen, naja, man arbeitet dann wie ein blinder Minenfeld. Ja, okay. Knallhart gesagt, also, ja, man lernt die Basics, ähm, die sind trotzdem unfassbar wichtig, um das Kollektivverhalten zu lernen. Ich sag, merkt euch wirklich diese Worte Kollektivverhalten, das müsst ihr wirklich verstehen, weil wenn man das einfach einmal versteht, wie das Kollektiv sich am Markt verhält, dann macht es Spaß. so, und, ja klar, sind dann, äh, jetzt zum Abschluss der Basics, äh, sind eben nochmal, warum Stoploss, ähm, was für Stoploss-Orden gibt es, wie sieht das mit Risiko- und Money Management aus, gehört dazu, in diesem Sinne, jetzt im, im Basic-Format habe ich das ganz bewusst nochmal mit eingebaut, ähm, möchte aber trotzdem jetzt nochmal darauf bladieren, guckt euch genau diese Sessions, also wirklich Risiko- und Money Management so oft an, wie ihr könnt, 10, 15 Mal, bis es wirklich hier oben drin steckt, so, damit es wirklich instinktiv, einfach in der Theorie, nenne ich es mal, erstmal verstanden, in der Tiefe verstanden hat und das wirklich in der Praxis dann wirklich ins, wirklich ins Unterbewusstsein reinzieht, das muss ins Unterbewusstsein rein, sonst werde es ihr nie, nie so weit kommen, kann ich wirklich sagen und zum Abschluss ist dann natürlich nochmal das Thema Trading-Psychologie, ähm, da bin ich einfach ganz, ganz großer Freund davon, weil das entscheidet wirklich über Sieg oder Niederlage, immer, immer wieder und, ja, demnach kann ich dort auch einfach sagen, wenn man an dem letzten Punkt dort angekommen ist, beim Thema Trading-Psychologie, ich hatte wirklich sehr, sehr viele psychologische, ähm, Studien noch gelesen, habe, ähm, viele Informationen noch aus Büchern mit rausgenommen, ähm, die helfen sollen, beziehungsweise, dass man wirklich versteht, wie Trading wirklich funktioniert, weil viele sagen, ja gut, jetzt habe ich 10 Trades gemacht, die positiv waren, jetzt habe ich einen Trade gehabt, der alles kaputt gemacht hat, bin ich jetzt ein schlechter Trader, ähm, die, die Fragen werden aufkommen, wenn man so, solche Konten oder so, so etwas eingeht und dort soll instinktiv die Schule drinstecken, dass man, äh, einen anderen Blickwinkel einfach bekommt und, ja, demnach kann ich auch nochmal auf das Advanced-Paket dann trotzdem schon verweisen, genau durch Modul 10 hat man Ansätze im Thema Trading-Psychologie beziehungsweise Trading-Mindset, die man letztendlich dann am Ende des Advanced-Paketes, ähm, nochmal vertiefen kann, beziehungsweise, dass der Blickwinkel, da wird sich doch nochmal radikal ändern, das, äh, sage ich einfach, ähm, jetzt schon mal so, weil, ähm, ich das für mich selbst festgestellt habe, wo ich diese Akademie jetzt erstellt habe, wie wichtig, wie enorm wichtig das ist, ähm, auch da nichts auszulassen und, ja, demnach könnt ihr, wenn ihr sagt, ihr nehmt das Advanced-Paket irgendwann, je nachdem, wie weit ihr jetzt im Basic-Paket seid, da könnt ihr euch definitiv schon mal auf das Ende des Advanced-Paketes freuen, weil dort ist Mindset-Technik beziehungsweise im Sinne der Trading-Psychologie nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer dabei, ähm, die, wo wirklich langfristig gesehen Gold wert ist. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal so ein paar Details, ähm, in die Advanced, von der Advanced-Akademie nennen, die sich jetzt vom Basic auch vielleicht stark unterscheiden? Also, nicht zu tief ins Fachjargon jetzt abrutschen, ich weiß, es rattert schon wieder bei dir im Kopf. Ja, ja, ja. Ja, einfach, dass wir so, ja, wie gesagt, ein bisschen mehr als ein paar Stichpunkte haben, die wir da jetzt in der PDF-Datei hatten. Ja, ja, klar. Ja, klar. Also, was jetzt Advanced-Paket, äh, beinhaltet, das ist zum einen definitiv das Preis-Momentum. Wie verläuft der Markt? Alles drum und dran. Da bin ich wirklich, ähm, rigoros drangeblieben, um da nichts auszulassen. Es geht wirklich, das ist wirklich in der Tiefe, da werden die Candlesticks auseinandergenommen, also die Candlestick-Muster, beziehungsweise wie ist ein einzelner Candle und eine eigene Kerze, nenne ich das mal, äh, dort dann dabei. Und, ähm, da gibt es eben auch verschiedene Mechanismen, die man jetzt verstehen sollte. Ähm, wenn man das als erstes versteht, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das kann ich immer wieder sagen, ähm, dass man das Momentum versteht, welches Momentum im Markt gerade herrscht, dann, äh, kommt man definitiv schon sehr, sehr weit. Es ist eben ganz bewusst schon darauf aufgebaut, dass man sagen kann, hey, man hat jetzt, äh, verschiedene horizontale Chart-Level, die man untersucht und aufgrund dieses Preis-Momentums kann man dann natürlich sehr, sehr gute und sehr, sehr einfache Trades mitnehmen. Und, ja, ich persönlich, ähm, hab's ganz bewusst auch, ähm, unter didaktisch-konstruktivistischen Charakter einfach noch mal gelegt, dass jeder, der jetzt diese, diese Academy durchgeht, trotzdem sagen muss, wenn die einzelnen Sessions durchgegangen werden, dass immer wieder Querverbindungen gezogen werden, nenne ich das mal, also angenommen, man ist jetzt bei Session 50 oder so, und hat dann schon bei Session 50 den Punkt so, ey, das hab ich doch gerade gehört, so von Session 48 oder so, dass man dort für sich im Kopf versucht, die Verbindung zu knüpfen, beziehungsweise, wenn man mitschreibt, dass man sich dort die Verbindung schon wieder raussucht, weil sich das ja dann im Kopf einfach wieder schneller niederlegt, und das ist eben dann ab Modul, also, ja, ich sag mal Modul, ähm, beziehungsweise in der Advanced, dann ab dem 70. Video unfassbar wichtig, also das ist unfassbar hart, weil dort kommen dann die technischen Grundtheorien, ähm, der Märkte zustande, beziehungsweise werden da zur Schau gestellt, in der Tiefe, worauf man achten sollte, beziehungsweise was auch, ähm, firmlich, den Blick auf die Märkte nochmal komplett wandelt, so, also ich persönlich hab das einfach so für mich handhaben wollen, ich sag, okay, jetzt sind die Kenntestikmuster abgearbeitet in der Tiefe, da kommen die technischen Grundtheorien, und danach geht es in das fortgeschrittene Tradingwissen, zwischengeschalten wird dann trotzdem nochmal Tradingpsychologie, damit man nochmal firmlich eine gewisse Zeit hat, um sich von den Märkten nochmal fernzunehmen oder noch ein bisschen wegzugehen, und trotzdem einfach nochmal sagt, man hat nochmal so ein bisschen Mindset- technische Dinge, weil die einfach nochmal dazugehören, und ja, dann ist es einfach so, dass ich persönlich nochmal so ein Expertenmarktverhalten noch mit eingebaut habe, beziehungsweise was Marktdynamiken betrifft, dass Marktdynamik, wie ich es gerade schon gesagt, Thema Preis-Momentum, dass man die Candlesticks richtig lesen kann, und das insgesamt in den Marktkontext überträgt, und das ist dann auf Dauer schon sehr, sehr komplex, da braucht man definitiv sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Disziplin, das zu lernen, also wie gesagt, Konsum ist das Erste, dann das Verstehen, dann das Anwenden, und dann wirklich die Profite draus ziehen, das ist wirklich ein langer Weg, aber der lohnt sich unfassbar gemein, und ja, was habe ich dann noch weiter gemacht, ich habe von meiner Seite aus nochmal drei Strategien mit eingebaut, die ich persönlich bei mir in Sachen der Analyse oder in Sachen von Einstiegen immer gerne mal mit nutze, damit ihr das auch einfach nochmal seht, und dann kommt die absolute Grox, wo man sagt, man geht genau nochmal auf das Thema Kollektivverhalten, der Markthändler ein, und das ist wirklich ein Modul, das sprengt wirklich einfach den Kopf, das sprengt einfach den kompletten Blick im Tradingview, das kann ich euch schon versprechen, weil, wo ich instinktiv das für mich einfach durchdrungen habe, da habe ich gesagt, na klar, warum habe ich das vorher nie gesehen, und das ist einfach unschlagbar, und ja, Jay, ich habe es vorhin gesagt, ich persönlich lasse dann meistens die Dinge auch nicht wirklich aus, ich bin dann auch nochmal makroökonomisch rangegangen, also aus den fundamentalen Zielen, dass da ein paar grundlegende Dinge nochmal mit kommen, so dass man so eine Unterscheidung hat, hey, wie arbeitet überhaupt eine Zentralbank, beziehungsweise was ist in der Zentralbank wichtig, was sind dazu einzelne Zusammenhänge, was für Einflussfaktoren der Wirtschaft gibt es auf die Währungen und dies und jenes, und teilweise ist dieses Modul sehr, sehr akademisch geworden, kann ich schon mal so mitgeben, aber, wie gesagt, die Tiefe, wenn man die Tiefe versteht, genau weiß, woran man dann ansetzt, dann ist das einfach unschlagbar, ja, dann zum Schluss, eben, nochmal Trading Plan, es gibt einen markanten Unterschied zwischen Trading Plan und Trading Strategie, von vielen Tradern, die man kennenlernt oder so, die irgendwo anders sind, die fragen immer, was für eine Strategie tradest du, aber ich wurde schon unfassbar oft gefragt, was für eine Strategie hast du denn, ich so, du, kann ich dir nicht sagen, weil ich habe instinktiv den ganzheitlichen Markteinsatz, dass ich den Markt in der Tiefe verstehe und daraufhin meinen Trading Plan erstellt habe, wo ich meine Trading Setups fahre, das ist für mich keine Strategie, das ist mein Konstrukt, ja, mein Konstrukt als Plan. Ja, und das war auf jeden Fall auch das, was ich bei dir so super spannend fand und was sich auch, glaube ich, so extrem unterscheidet von anderen, weil ich habe es ja auch immer, wenn ich mal jetzt irgendwie Fibonacci oder so in meinen Videos mal benutze in den Chart-Analysen, der eine schreibt rein, ja, warum nutzt du nicht Support und Resistance, warum tradest du nicht nach Elliot Wave Theorie und der eine schreibt dies, der andere schreibt das, dann werden da hundert verschiedene Strategien irgendwie in die Kommentare geworfen und so weiter und deswegen, ja, grundsätzlich, ich kenne es ja auch nur so eine feste Strategie zu haben und du bist da mal mit einem komplett anderen Konzept rangegangen, was ich super, super interessant fand und ja, deswegen bin ich da auch sehr, sehr sicher, dass ich dann auch selber einiges auch noch von dir lernen kann, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, das ist ja letztendlich auch das, was du gesagt hast oder den Spruch, den wir vorhin hatten, blinder Meme fällt. Wenn du die Strategien gelernt hast von anderen, was auch immer, die für die Leute funktionieren, das ist ja jetzt nicht so, dass es für dich funktioniert, weil du emotional vom Typ als Mensch anders bist, aber oder auch, wenn du sagst, hey, wenn du das verstehst, wie die Märkte funktionieren, warum die Märkte das und jenes machen, dann kannst du die Strategie, die du von vornherein hattest, viel, viel besser anwenden und darauf habe ich wirklich meinen Fokus gelegt, dass das Wissen beziehungsweise der Blick auf die Märkte besser geschult wird, und man die Märkte versteht, warum sie das machen, was sie machen. So und da kann man zum Beispiel anhand der eigenen Strategie, die man zum Beispiel in der Vergangenheit schon mal genutzt hat, kann man die Strategie besser anwenden beziehungsweise kann man sagen, gut, man lässt diesen Trade jetzt aus, weil der Markt dieses und jenes machen. So und das war eben immer so mein Ansatz, wo ich sage, hey, bewusst immer weg von der Masse, alles umdrehen. Also wenn du wirklich was richtig machen willst, dann musst du den Weg alleine gehen und andere Thesen beziehungsweise andere Argumente aufstellen und das dann empirisch untersuchen, würde ich jetzt mal so sagen, um dort dann statistisch gesehen das rauszuziehen. Und ja, wie gesagt, jetzt wollen wir beim Thema Trading planen, was für mich ganz, ganz wichtig war, um das einfach instinktiv einfach auch für euch, nenne ich das mal, oder für alle möglichen Kunden so zu übersetzen, dass man sich trotzdem einen Trading Plan macht und nicht am Tag zwölf Stunden vorm PC sitzt. Das soll es nicht sein, weil da kann man auch quasi zwölf Stunden in eine Industriehalle gehen und hier Knöpfe drücken oder so. Das wäre instinktiv so selber, nur dass man hier mehr Geld verdient. Ja, was ich habe, was habe ich dann nochmal gemacht, wie vorhin bereits erwähnt, bin ich auf das Thema Trading Journal noch eingegangen, was für mich unschlagbar wichtig ist. Ich persönlich habe da bisher auch ein kleines Template zusammengebaut beim Thema Trading Journal weil viele sagen immer Trading Journal, wenn man das jetzt bei Google oder irgendwo eingibt, gibt es ja immer bloß die Hardspots, nenne ich das mal, also wann bin ich rein, wie viele Pips, Profit oder Loss, welche Uhrzeit, welche Session. So, und ich persönlich habe das nochmal ein bisschen ausführlicher gemacht, habe dann das so für mich handhaben wollen, dass die Emotionen mit eingebaut werden, vor, während, nach des Trades, dass man das für sich führen kann und dann auch in jeder Situation, dass jedes, jede Chart-Situation immer nochmal mit eingebaut werden kann, also jetzt am Anfang, wie sah der Chart am Anfang aus, wie sah während des Trades aus und wie sah er letztendlich dann nach dem Trade aus. So, und dass man das für sich einfach selber aufbauen kann und reflektieren, damit das Wachstum eigentlich jeden einzelnen potenziellen Traders sehr, sehr beschleunigt wird. Und, ja, und wie gesagt, um den allen nochmal die Krone aufzusetzen, was ich vorhin bereits sagte, mit Trading-Psychologie, Trading-Mindset, das Thema Backtesting, da habe ich letztendlich auch nochmal ein Template mit reingeworfen, wo man förmlich Backtests machen kann über TradingView und wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man hat jetzt das Markt verständnissig geholt und versucht jetzt immer diese Setups zu traden, die ich zum Beispiel mit reingestellt habe. Und das muss dort jeder für sich, wie gesagt, das ist wirklich Arbeit, also richtige Arbeit, die auf Deutsch gesagt manchmal richtig nervig sein kann, dass man dort sagt, okay, jeder muss für sich die Statistik erfassen. Jeder muss für sich sein Marktverständnis anwenden, dann dieses Setup wählen, also für mich wie der Markt, wo man in den Markt reingeht und das immer wieder, immer wieder, immer wieder statistisch aufnehmen und dann kann man anhand der Statistik begreifen, aha, diese Einstiege, dieses Setup, was ist jetzt hier immer wieder verwende, ist für mich sehr, sehr profitabel, habe eine Trefferquote von 90%, was auch immer und genau dort, wenn man, dort gewinnt man das Vertrauen darin, dass es genau dort setzt das Trading Mindset sich wieder drauf und die Trading Psychologie ist dann unfassbar unschlagbar, nochmal dazu, was für mich einfach das Abrunden des gesamten Konzeptes war, damit es jeder für sich versteht, dass man zum Schluss sagen kann, hey, man hat jetzt unfassbar viel Wissen aufgenommen, man kann die Märkte verstehen, warum sie machen, was sie machen, aber was es wirklich unterscheidet, ist das Thema Trading schon nahe, dass man sich selbst reflektiert, dass man selber ein Wachstum betreibt und dann eben die Statistik für sich erfasst, ob man wirklich in seinem Verständnis jetzt so weit ist, dass man langfristig gesehen wirklich damit Geld verdient und dann aufgrund dieser Statistik schafft man es auch emotional besser zu werden, weil man sagt, man vertraut dieser Statistik und man haut letztendlich nach zum Beispiel 10 Win-Trades den einen Lost-Trade nicht alles weg und das ist langfristig gesehen der Key. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass wir da jetzt nochmal einen größeren Einblick auf jeden Fall in die Pakete haben, war natürlich auch ein viel, viel Fachjargon jetzt wieder dabei, ich hoffe, der eine oder andere wird da nicht verhielt sein, aber es geht ja nun mal nicht anders, das ist klar. Ich meine, du kennst mich gut genug, wenn ich einmal anfange, dann bin ich kaum zu stoppen, was das Thema Putz ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist bei mir nicht anders, aber ja, ich hoffe, es hat trotzdem jeder so gut verfolgen können, ansonsten Fragen selbstverständlich auch gerne nochmal in die Kommentare posten. Ein paar Fragen haben wir hier jetzt auch noch offen und zwar das Thema Live-Sessions. Live-Sessions kann man ja letztendlich auch buchen. Wir haben vor dem Call schon ein bisschen drüber gesprochen, wann die genau starten, weißt du glaube ich selber noch nicht so ganz. Nein, das ist immer noch in der Planungsphase, genau. Ja, aber da wären natürlich nochmal die Frage, erstens, ab wann, also gibt es Basic und Experten-Sessions quasi oder also kann ich auch, wenn ich nur das Basispaket habe, überhaupt was verstehen oder muss ich quasi alles durchgearbeitet haben, um überhaupt hier Fuß fassen zu können in den Live-Sessions? Also ich persönlich kann wirklich nur raten, arbeite das durch und komme dann zu den Live-Sessions. Also, klar, ihr seid ja selber eurer Entscheidung mächtig, nur ist es dann doch so, ihr habt es ja gerade schon gehört, dass ich selbst dann doch im Fachjagong schon ruckzuck abrutsche und in diesen Live-Sessions geht es dann dort Schlag auf Schlag und umso besser die Menschen aufgestellt sind, um in die Live-Sessions zu gehen, umso mehr Spaß macht es beziehungsweise umso mehr oder umso dynamischer kommt man einfach voran. Das ist einfach der Punkt, den ich jetzt von meinen Herzen heraus einfach so mitgebe, weil klar kann man sagen, du hast gar keine Ahnung, du weißt nicht, was ein Pippen und Lott ist beziehungsweise wie dein Markenmechanismus jetzt läuft und dann erzähle ich zack, 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 dann kommen ständig irgendwelche Fragen, die ich dann instinktiv wieder beantworte, dann kommt man dynamisch nicht wirklich voran und das ist einfach instinktiv mein Steckenpferd, wo ich sage, hey, da muss definitiv ein Grundstock da sein. Also man kann definitiv sagen, wenn die Basic durchgearbeitet ist, definitiv in die Live-Sessions mal mit reinkommen, damit man weiß, welches Level das wird, weil so kann man zum Beispiel mal sehen, gut, man ist jetzt bei bei der Trading-Psychologie als letztes angekommen, überlegt jetzt, nimmt man die Advanced, was auch immer, kommt man in die Live-Sessions rein, guckt sich die Live-Sessions an und denkt man, du denkst dich so, oh Gott, hier geht es ja wirklich zur Sache, was dann instinktiv wirklich so kommt und ja, das ist jetzt so den Punkt, den ich einfach so dazu erwähnen wollte. Also mir persönlich ist es einfach lieber, weil der größte Grundstock steckt einfach in der Academy drin. Die Live-Sessions sind nicht dazu da, die Academy zu wiederholen, knallhart gesagt. Ja. Ne? Cool, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, dann habe ich auch noch eine Community-Frage bekommen, sehr interessant, und zwar, wenn man die, deine gesamte Academy durchgearbeitet hat, kann man die FTMO-Challenge schaffen? Also, ich werde es nochmal eben vorwegnehmen, für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, FTMO-Challenge ist quasi, man zahlt Summe X und kann dann in dem Fall mit Fremdkapital arbeiten. So, also ich glaube, das größte Paket ist da, kostet 540 Dollar für 80.000, nicht? Man hat die Möglichkeit, also ab 10.000 Euro Konten zu starten, wo ich persönlich schon mal sagen kann, das lohnt sich nicht wirklich. Ab 80.000 Euro Konten sollte man beginnen, da bezahlt man eine Gebühr von 540 Euro. Genau. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, ein 160.000 Euro gleich zu, 160.000 Euro Konto gleich zu nehmen, dann zahlt man 1080 Euro. Ah, okay. Ja, genau. Jedenfalls muss man dann 30 Tage lang diese Challenge machen, man bezahlt eben diese entsprechende Gebühr und man darf nur minus 5% oder minus 10% Drawdown haben, muss aber auch im Gegenzug 10% Profit schaffen. Dann hat man quasi diese Challenge bestanden und kann, soweit ich weiß, dann den Profit auch behalten. War das richtig so? Im Rahmen der Challenge ist das wirklich so, dass man einen Daily Loss von 5% hat. Genau. Das läuft ein bisschen anders, das darf man nicht mit den herkömmlichen Drawdown verwechseln. Also du darfst letztendlich, wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt einen Kontostand von 80.200 Euro über Nacht bekommen, da darfst du am Tag jetzt zum Beispiel nicht unter 75.200 Euro kommen. So. Also das ist dann alles ein bisschen anders gemanagt, das ist aber alles dann dort auf der Website alles nochmal erklärt anhand von Videos, da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Ich persönlich, wenn ich auf deine Frage eingehe, das ist persönlich wortwörtlich mein Ziel, viele, viele Menschen so zu schulen beziehungsweise so viel mitzugeben, dass sie mächtig dazu sind, diese Challenge zu bestehen. Und genau deswegen habe ich es ja gerade erwähnt, das letzte Modul mit dem Thema Trading Journal und Backtesting soll instinktiv so krass betrieben werden, weil man sich selbst zwingt, diszipliniert zu werden und auch zu sein und wenn man das schon ist und so ein tiefes Marktverständnis einfach bekommt, dann sollte man sich einfach an die kostenlosen Versionen vorerst wagen, also so zwei, dreimal durchgehen, ob man das wirklich auf die Reihe bekommt, auf Deutsch gesagt und dann definitiv, dann wird wirklich definitiv, weil da steckt einfach so viel Content drin, ist wirklich meine Sprache aus meinem Herzen, nenne ich das mal, wo ich wirklich sage, hey, der Content passt, die Arbeit passt und dann geht es letztendlich zu den FDNO-Challenges. Und nach der Challenge ist das natürlich so, also man hat 30 Tage Zeit, wenn man in den 30 Tagen die 10% geschafft hat, hat man die Challenge abgeschlossen, natürlich unter der Bedingung, dass man die Verlustgrenzen eingehalten hat und danach kommt nochmal so eine Art Verification, da hat man nochmal 60 Tage Zeit für 5%, was auch schon wieder zeigt, dass FDNO sagt, eher konsistent und langsam, beständig mit kleineren Gewinnen, anstatt hier zum Beispiel zu sagen, du machst in einem Monat deine 50 oder 80% damit das Konto umkippt. Und ich persönlich kann auch nochmal sagen, anhand der Challenge ist es auch so, wenn man zum Beispiel mehr als 5% Profit hat und, also ja, mehr als 5% Profit und Verlustgrenzen eingehalten hat und die 30 Tage rum sind, kann man bei FDNO die Anfrage stellen, das nochmal 14 Tage zu verlängern. Ah, okay. Genau. Da sagt FDNO, gut, du hast das alles eingehalten, du bist jetzt noch nicht bei den 10%, wir gehen dann nochmal 14 Tage drauf. Und das ist schon unschlagbar. Das finde ich unfassbar gut. Und, ja, dann letztendlich ist die Challenge und beziehungsweise die Verifikation dann bestanden. Natürlich wird dort kein Geld ausgezahlt, weil es ist ja erstmal die Prüfung, wortwörtlich FDMO-Trader werden zu können, beziehungsweise, ja, ich nenne es Prüfung, Qualifizierungsphase, insgesamt, was auch immer. und danach hat man die Möglichkeit eben auch dann FDMO-Trader zu werden, dann bekommt man einen Vertrag, alles drum und dran. Also da muss man sich auch um verschiedene rechtliche Dinge noch mit kümmern, was zum Beispiel Thema Gewerbeanmeldung vor allem hier in Deutschland betrifft, muss man dann definitiv Wege gehen, da bin ich momentan auch schon dran, kann ich jetzt auch schon mal so, ja, aus den Nähkästen plaudern, ein vereinfachtes System zu erstellen mit einem guten Steuerberater, da hatte ich letzte Woche ein Telefonat darüber, der weiß genau, was FDMO ist, der weiß genau, was Trading ist, der weiß genau, wie er damit umgehen muss und dann kommt dann auch der Punkt, wenn man Gewerbeanmelden muss, was trägt man in die Gewerbeanmeldung ein, alles drum und dran, bin ich gerade dabei, sagen wir so ein Komplettpaket zu schnüren, um letztendlich das größte Plus für alle Menschen, die hier dabei sind, die Überführung in ein FDMO-Trading reinzubekommen, damit alles steuerrechtlich und alles gewerbetechnisch sauber abläuft und das war mir ein großes Anliegen, zu sagen, ich gehe auch da noch einen Schritt weiter, um den Support dort nochmal zu erstellen, damit wirklich die Substanz da ist, das Vertrauen da ist und auch wirklich die Professionalität, das war immer wieder so mein Ansatz, dass ich selbst in diesem Falle trotzdem noch mitgehe, wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, ich persönlich will nur das System erstellen, dass dieses Commitment da entsteht und dass alle, die mächtig sind und das bestehen, sagen, hey, ich habe es jetzt bestanden, ich hätte es gerne dort und dort in Kontakt und dann geht die Sache instinktiv los. Warum das überhaupt so wichtig ist, Fremdkapital-Trading, weil man einfach natürlich schneller die Möglichkeit hat, dann größer zu werden, also ich denke, jeder kennt das, weil mit einem 100-Dollar-Konto anfangen zu traden, zum Üben, sehr, sehr gut, aber sind wir mal realistisch, man macht ja nicht jeden Monat 100%, wahrscheinlich nicht mal 10% überhaupt und wie lange das dauert, bis du dann überhaupt ein 100-Dollar- oder ein 1000-Dollar-Konto dann auch irgendwie groß hast, das ist natürlich ein extrem langwidriger Prozess und Regeln hin oder her, irgendwann beginnst du die Regeln zu brechen, weil du gierig wirst und deswegen ist auch so eine Fremdkapital-Trading-Challenge, auch wenn das immer so heißt, ah, Fremdkapital, lieber Finger von Lossen, aber wenn man es kann, sollte man es auf jeden Fall nutzen, weil dadurch kommt man einfach wirklich schneller voran und hat einfach eher die Möglichkeiten, auch wirklich reelle Profite mit Trading zu schlagen und tatsächlich dann auch zeitnah davon leben zu kommen, als dass man irgendwie ein 100-Dollar-Konto über 10, 20 Jahre hoch tradet. Ja, dazu kann ich auch nochmal was sagen, aus meiner Vergangenheit heraus, ich persönlich habe auch immer mit kleinen Konten begonnen und habe letztendlich auch manchmal unfassbar lange Wind-Breaks gehabt, also habe es auch mal geschafft, letztes Jahr, ich meine, wie gesagt, das Risikomanagement in diesem Falle, wenn die Konten zu klein sind, das wird eh ruckzuck ignoriert. Genau. Das ist einfach so, das ist menschlich, wenn man sagt, gut, Trading funktioniert ja, da gehe ich einfach mehr und mehr ein. Ich persönlich habe es klar auch mal geschafft, mal in einem Monat 10.000% zu machen, nur mit Trading, da hatte ich, keine Ahnung, eine Trefferquote von 99% über zwei, drei Monate. Ja. Und dann ist ein Krieg ausgebrochen in der Ukraine und dann habe ich binnen zwei Tagen mal alles weggefahren. Richtig. Das geht dann immer recht schnell. Also, das gehört dann dazu und da kann ich auch einfach nochmal den Rat geben, das richtige Trading fängt erst ab 50.000 Euro an. Erst dann fängt man an, das statistisch und mathematisch richtig zu verstehen. Deswegen ist mein Ansatz eben auch gewesen, zu sagen, hey, ich möchte die Menschen so weit bringen, dass sie sagen, sie sind mächtig dazu, FTMO zu traden beziehungsweise so ein großes Konto zu traden. Also, wie gesagt, ab 80.000 Euro macht es dort definitiv Sinn und damit dann wirklich richtig getradet wird, weil wenn man dann dort instinktiv Geld damit verdient, dass man, ja, dass dann, man kann es dann auch wieder auf die eigenen Konten übertragen und sich das eigene Konto dann wieder mit Geld auffüllen, wo man sagt, man ist dann von FTMO wieder weg, kann man alles nutzen, kann man alles machen, wie man möchte, Fakt ist eins, nur über 50.000 Euro geht das Trading erst richtig los und das macht dann erst mal dann richtig, richtig Spaß. Wollte ich gerade sagen, da kommt natürlich auch der Spaßfaktor ins Spiel, weil das auch einfach realistisch wird, dass du dann da, ja, ein Monatsgehalt oder natürlich ein schönes Monatsgehalt in dem Fall dann dir auch auszahlen lassen kannst. Durchaus. Genau. Gut, dann sind wir eigentlich größtenteils auch schon durch. Wir haben ganz am Anfang nochmal das Thema Bücher angesprochen. Also, mein persönlicher Favorit ist da Trading Psychologie von Norman Wells. Da habe ich wirklich gedacht, okay, der hat meine ganze Lebensgeschichte niedergeschrieben, als ich das gelesen habe. Ja, also das ist auf jeden Fall mein Favorit. Hast du selber da vielleicht noch ein paar Buchempfehlungen, weil auch viele aus der Community davon gefragt haben, gibt es noch eins, was du zufällig gerade auf dem Schirm hast oder so, was man vielleicht mal in die Videobeschreibung Moment, da muss ich mal gucken. Ich hatte über Telegram meinen Trading Schüler einfach so viel geschickt, den habe ich gefühlt bombardiert. Das war meistens eher ökonomisch angeregt, also zum einen Thema Geldpolitik hatte ich mitgenommen, dann, Moment, Finanzkrisen verhindern, also, ja, wirkungsweise Zentralbanken habe ich mit auseinandergenommen, Immobilien als Geldanlage habe ich auch mal in Bezug genommen, weil der Immobilienmarkt sich ja dann auch immer wieder auf Währungen mit auslegt, was dann immer wieder so ein Querschnitt ist. Ja, also da waren schon einige dabei, die ich jetzt noch mitgelesen hatte, instinktiv, aber ich persönlich habe es kein Favorit, also, weil, ja, mein Fokus war so sehr darauf, das zu lernen, dass ich gar nicht erst wieder angefangen habe, irgendwelche Bücher zu lesen, so viel Zeit hatte ich gar nicht. Ich persönlich kann auch einfach nochmal sagen, das Wichtige ist einfach, dass man nach und nach die Dinge aufsagt, versteht, wirklich in der Tiefe versteht, dass man den Querschnitt immer wieder ziehen kann zu anderen Themengebieten, dass man dann auch früher oder später den Markt lesen kann, wo er genau steht und man genau weiß, der Markt ist jetzt in dieser oder jener Phase und das und das wird es danach irgendwann passieren, mit höherer Wahrscheinlichkeit. ja, und dann darauf aufbauen zu sagen, man arbeitet sich langsam in die Ökonomie rein, also, ich persönlich kann auch sagen, ich habe teilweise auch Bücher über Makroökonomie, das sind solche Dinge, das sind so 800 oder 1000 Seiten, die man dann eben teilweise liest, die aber dann doch wieder fernab von Trading sind, weil das ist einfach, ja, ökonomisch betrachtet, ist das die Betrachtung aus der Makroökonomie dann meistens, und was mir persönlich trotzdem wichtig ist, ist zum Beispiel der Aufbau und Wirkungsweise von Zentralbanken, warum Zentralbanken so arbeiten, wie sie arbeiten und das, was ich schon gesagt habe, genau das, was dort vermittelt wird, in Frage zu stellen und das mal um 180 Grad zu drehen und mit seinem eigenen Kopf zu denken, um eben zu sagen, gut, man kommt dann so und so weit. Perfekt, dann haben wir jetzt, glaube ich, auch schon knapp 40 Minuten gesammelt und, denke ich, hier einen ganz guten Abschluss gefunden. Jawohl. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit erstmal, Benni, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, die jetzt hier so lange bis zum Schluss durchgehalten haben und dann würde ich sagen, wünsche ich jedem Einzelnen von euch, der sich natürlich dafür entscheidet, viel Spaß bei der Academy, Fragen gerne nochmal weiter in die Kommentare stellen oder auch, wer mich persönlich an Telegram, wenn sonst noch Fragen irgendwie zur Academy sind oder so weiter, ihr wisst, wie ihr an meinen Kontakt kommt in der Videobeschreibung und dann wünsche ich euch einen guten Start in die Woche, haut da rein, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.